Pferd, hopp, komm her. Nein, netter Paul, komm her, du Salami. Das ist schon noch 240, okay, wir gehen schon mal dahin. Asterios, Anspruch, ja, schön. Ich hab auch einen Anspruch an Spiel, aber irgendwie nicht erfüllt. Einfach Shift gedrückt, die läuft von alleine. Manchmal den 3D-Übersynchronisierungsmodus. Da muss aber was los sein, sonst glaubst du selber nicht. Ah ja, okay, da drunter ist wieder irgendwo was. So ein Shit. Okay, jetzt will ich eine Fähigkeit zum Abgrasen, nice. Ah, mh, 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 mh. Voll aufs Knie, ja. Kann ich da durch, klopf, klopf. Ich bin gleich direkt da hoch, aber okay. Da ist es. Fuck you so much in our ass. Fuck you so much in our ass. Genau, der kann sich nicht festhalten. Der ist okay. Ja, weil die Programmierer, weil das hier ein verfickter Weg auch so rumgeht, oder was? Ganz ehrlich, ich hab da ja noch mal den Ladan-Zaun. Jetzt klebt er doch da auf. Hallo. Alter, ich kotze gleich. Willst du mich jetzt wegtreiben, oder was? Alter. Du willst jetzt ernsthaft, dass ich von da ab oder runter... Nee, kann nicht sein. Der rutscht sich einfach da ab. Ich hab doch noch mal den Ladan-Zaun, habt ihr. Was ist da andere Teleporter da dafür? Oh ja. Ist euch langweilig? Echt? Keine Ahnung, wo ich jetzt grad bin. Was weiß ich? Nein, Mann! Jetzt soll ich noch drüber springen. Ja, wow, jetzt bin ich echt jetzt. Ach, Kassandra. Oh, es ist auch echt langweilig, Mann. Ich kann hier rüber und kann da... Es ist auch unnötig. Oh, das ist so eine Challenge. Oh, voll die Challenge, Alter. Challenge, was man mal der 1-2 harte Bugs rausmacht. Oh mein Gott. Genau, du kommst schnell rüber, oder was? Rührt sich nicht. Jeder von uns würde da drüber klettern. Jeder. Was ist das, was ich mir sagen? Da kommt schnell ein Tier, oder was? Ja, gut, geht's vielleicht der Kaputschi. So können wir, keine Ahnung. So, ist das die letzte Kiste? Die ist da drüben, ne? Ja, da muss ich da hin. Ja, die ist da oben drauf. Eiuiuiuiuiuui Nein, weih du springst runter, ich bring dich so.... Just that easy ...patient Now weorst easy Whaaaa suggesting heحتfahren Is it the sign? behaving Da will ich jetzt nicht drunter springen. Das wird ein langer Weg hoch. Guck, da kann man einfach mal hochkleidern. Schon gleich ist alle. Doch, wir müssen da runter. Oh Gott. Cool. Okay, das sieht jetzt schick aus. Dann kommt die Erleuchtung. Wir hätten auch woanders sehen können. Ganz einfacher. Entspannter. Schimm. Was kriegen wir für den Schrott? Die Fähigkeit ist jetzt der Kevin. Den müssen wir schon ewig nimmer. Wo ist er an der Stier? Äh, Vorschau. Beschwöre einen Pullenhaarer auf der Gegner, wo wir rein und zu Boden und auf den 400% Krieg erscheint. Uh, okay, das ist aber geil. Will ich aber nicht. Benutzen wir nicht. Wir haben unsere Combo so. Wieso ist es? Ne, ist gut. Hi Jungs, was geht? Zack. Derp, motherfucker. Achso, ja, ich bin Spörgebiet, bla bla bla, deine Mama. Ich glaub, da seh ich was. Soll ich sie so komische Lichtstrahl hoch? Ihr auch? Gut, sehr schön. Wir räumen das Boot am besten weg. Easy. Loll. Boot rein geht klitsch. Easy. Dürf gar nicht passieren. Müsste fette Unfallgewerber. Wir haben's drauf. Wir haben schon ein Loonsphere Programm programmiert. Mh, ey. Hi Jungs. Das sind die neuesten Gewalt da. Jetzt find ich halt immer noch sexy. Ach nö, das ist echt wieder so ein motherfucking Dinger. Ich glaub mir auch da keine halben Seiten. Wir rennen einfach nur nach rein. Äh, insofern die keine Alarmanlage haben, dann hab ich keinen Bock auf die Verstärkung. Die nervt nur. Ich verarsch mich nicht. Willst du mir sagen, du hast keine Alarmanlage? Das war das. Jo Bruder, was geht? Also ich kann das wirklich erklären. Nicht? Okay. Dann komm mal her. Komm hierher. Dann reden wir drüber. Wir fummeln dabei. Was hält's davon? Ne? Nicht viel? Dann verpiss dich. Jopp, der ist tot. Jaaaa. Dann können wir uns eigentlich für unsere Quest machen. Na? Gebiet ist befreut von daher. YOLO! Jaaaa. Wir fressen Gebiet. Man muss schon sein. Aber schon drum machen die Scheiße jetzt hier zu befreien. Jetzt komm fresse. Hier. Dahin. Hopp. ZZ. GPPP. Da. Da. Zu Herpes. Hoppferd. Hopp. Go, 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 go. Go get your gadget. Jo Pferde. Oh ne. So mit dem Mitreiter. Nein. Wie viel Fuß weiß. Du hast endlich meine Werkstatt gefunden. Ja. Ich weiß, sie macht nicht viel her. Aber sie ist mein Zuhause. Mhm. Ich sagte doch. Nenn mich Kassandra. Vor dem Stab? Ha. Aber ich bin froh, dass du hier bist. Ich habe dir so viel zu zeigen in diesem großartigen Land. Ah ja. Wenn du es schon anbietest, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Oh, gib ihnen etwas Zeit. Die goldenen Felder enthüllen sich nur langsam und auf bestimmte Weise. Aber ich kann helfen. Komm mit mir. Vielleicht hast du recht. Schau mal vor. Ich muss den Kopf frei bekommen. Wohin? Ich betrachte mich als Schlüsselmacher. Einer meiner Schlüssel könnte dich interessieren. Was machst du in deiner Werkstatt? Erfinden. Alle Geheimnisse der Wirklichkeit sind hinter Türen versteckt. Meine Erholungen sind wie Schlüssel, die diese Türen öffnen. Du enthüllst die Geheimnisse dahinter. Ja. Ah, bist so weise wie Pythagoras. Doch warum reden wir darüber, wenn wir es auch sehen können? Deswegen sind wir jetzt Kritte? Herr Sefony ist erste Festung. Hättest du sie nur sehen können kurz nach der Errichtung. Wie vieles im Elysion ist das eine Ruine? Was ist geschehen? Wohin? 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 Untertitelung des ZDF, 2020